Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Badwars hier auf dem Psytoxin.de Server zusammen mit der Katie Hallo? Hallo! Und mit der Lili, hallo? Hallo! Und zu einem kleinen Lego-Männchen namens Fini Mini. Oh, süß! Wir sind auf der Karte Classic und im Team Gelb. Aber das ist unser Glücksteam und unsere Glückskarte. Ja, das stimmt. Oh, was? Wieso habe ich denn schon so viel Hunger? So, gar nichts gemacht. So, jetzt wollen wir hier ein bisschen was essen erstmal. Was macht denn Fini Mini? 1998. Wollte ich nur mal so gesagt haben. So, diese Runde ist unser Ziel der Sieg und nichts anderes. Nachdem wir schon drei Mal verkauft haben. Na, aber das eine Mal, das war ja okay. Also die letzte Runde, die war ja in Ordnung. Als letzter zu stehen und dann überrannt zu werden, ist okay. Dafür haben wir noch lange ausgehalten. Wir haben ja noch zwei, drei Mal. Vorsicht! Alter, wieso springst denn du da schon? Fini Mini will du abstauben. Ja, der ist auch gesprungen, obwohl es noch gar nicht rüber konnte. Ja, aber ich bin hierhergerannt in die Mitte. Ich habe dann gemerkt, ich habe nicht genug Materialien um mich ganz hinzubauen und ich bin zurückgelaufen. Da hat schon jemand in die Mitte von zwei Leuten. Ach, ist das diese blöde Mitte? Ja, welche blöde Mitte? Ja, das ist die blöde Mitte, wo man immer durchfällt. Also ich... So, ich kaufe mir mal ein Schwert, damit ich wenigstens irgendwas habe. Das ist hier jetzt einfach nicht zu bauen, das ist wirklich schon nicht zu machen. Ja, da muss man sich so... Das wird doch nichts. Doch, das wird was. Oh, da gibt es schon wieder die ersten Hacker. Ja. Ja, der hat ja eine geschrieben. Ja, aber... Na, erst mal abwarten. Ich glaube, du hackst. Ja, auch. Hier sind doch alles Hacker. In Wirklichkeit. Es gibt keine Minecraft-Spieler, die nicht Hacker sind. Nee. Ich bin lustiger für dich, Kaka. Achso, als sie Hacker war? Ja. Jetzt mal böse gesagt, Kaka kann ich meine Wut installieren. Ja. Ja, krass. Oh, das geht ja schnell. Ah, wer war das? Rot. Sieht nach Rot aus. Wie das waren. Oh, ich muss noch was essen. Oh, du nimmst mir alles weg. Hm. Freitag. Ich wollte gerade sagen, es steht ein Gelber in der Mitte, aber das sind ja wir. So, ich muss mal hier ein bisschen sortieren, sonst... Ob das gleich gar nicht. Noch weniger als gar nicht. Okay, Fini Mini schießt auf irgendwen. Wieso hat der denn schon einen Bogen? Oh, wo kam das Hübel her, Kaffee? Von draußen, vom Wald. Hast du etwa das Bett alleine gelassen? Ja. Du bist doch unsere Bettwächterin. Aber manchmal muss ich mir auch ein paar Materialien geben. Betthüterin. Und Fini Mini. Äh, was wollte ich mir jetzt holen? Okay. So, dann holen wir uns... Was hole ich mir denn erst? Einen Bogen oder... Warte mal. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Warte, 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 warte. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab's gesehen. Und wo hat denn der geschossen und wer? Alter. 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 Aber von wo denn? Ach, Fini Mini, du bist doch so ein... Ich hab's getan, Mann. Hast du da noch Materialien liegen? Hab ich gerade geholt. Ach so. Die gleiche raus. Ja, die kommen ja gleich wieder. So. Die Kacker baut oben wieder eine Festung. Oh, find ich cool. Ja. Hol ich mir mal das hier drüben? Nein. Kann man so ein bisschen gucken. Ach so, ja. Dann kann man so ein bisschen gucken. Na, stimmt ja. Macht nichts. So, ich hol mir jetzt erstmal... Das Mini-Schwert, also das Mittele-Schwert. Ein bisschen Rüstung. Und ein bisschen Essen. Und anziehen. Und Materialien abstaugen. Das ist so schön. Hat da rot... Die bauen sich hier eine Festung hin. Das ist krass. Nee, doch nicht. Sah nur von weitem so aus. Wo ist denn Fini Mini? Äh... Oh, der ist in der Mitte oder so. Ah, er kommt zurück. Okay, Blau ist weg. Was? Wer sind dann unsere Erzfeinde? Rot, ne? Ach, ja. Da kommt einer. Rot kommt, Rot kommt. Läuft aber wieder weg. Okay. Aber Rot war auf dem Weg zu kommen. Die haben gehört, dass jetzt unsere Erzfeinde sind. Achso. Genau. Die haben unseren TS gehackt. Weil die hacken alles. Wenn, wenn, hacken die alles. Alles Hacker. Das ist ein bisschen lohnt. Die sind von der CIA bestimmt auch. Ja. LSA, was weiß ich. Alles, alles. Minecraft muss ausspioniert werden. Weil das alles so 10-jährige spielen. Außer wir. Potenziell gefährliche Leute, die sie spielen. Potenziell gefährliche 10-jährige. Ja. Alles potenzielle Amokläufer. Ja. Und? Doch, natürlich. Alle Computerspiele sind Amokläufer. Wo schießt der denn hin? Kommt da eine? Also ich sehe da keinen. Aber die haben bestimmt auch alle so Ultra-Rechner, mit denen die 95-Rangs anzeigen lassen können. Und dann können die ohne Optifine sehen. Einmal um die Welt rum. Einmal um die Welt rum. Einmal um die Welt rum. Kaufen wir noch eine Spitzhacke. Und dann kaufe ich mir gleich den Bogen. Nein. Nein. Zack. Und dann holen wir uns mal den Popelbogen. Ich hole eine Enderperle. Hallo, Puglidi. Ja, dann hol dir eine. Popelbogen, hallo. Popelbogen. Da ist doch der Popelbogen. Ja, da ist gar kein Bogen. Das stimmt allerdings. Da kann man wenigstens so ein bisschen wegschießen. Ein bisschen Angst machen. Genau. Wir müssen uns eigentlich zu blau... Hier, baue mal zu blau rüber. Ist das blau? Hier rechts? Ja, links. Weil die sind... Ja, hier, das blau. Bau dich mal dahin. Die sind weg. Gibt's doch nicht mehr. Ich glaub ich nicht mehr. Ich komm mal mit als... Rühreitschutz. Ja. Und falls da... Bäh. Gieß mal hin. Einfach mal so aus Spaß. Oh, schaff ich jetzt wieder zu den Ball. Ich hol dir was. Ich hol dir was. So, ein bisschen... Ist du blind, dein Vater? Den Vater. Ist du blind, dein Vater? Vorsicht! Ähm... Ich kotze dich an mit Steinen. Alter, Fidi-Roll im Korn auf. Was bitte? Fidi-Roll im Korn auf. Aber jetzt... Oh, das ist doch Fidi-Roll im Korn auf. Was? Gut gemacht. Und grün ist natürlich auf der anderen Seite. Die Banane lebt noch. Ich hab immer noch Gigi. Und? Sieht's so aus, als wer da wäre? Äh, ich will kommen. Ich glaub ich hab mich hier noch falsch gebaut. Kann ich auch korrigieren. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Hauptsache wir kommen da hin. Und wir können uns richtig coole Sachen kaufen. So, den coolen Bogen oder so. Diesmal random zu rot. Vielleicht krach ich am einen. Nein. Wär auch zu schön gewesen. Gelb, du Lappen. Was ist denn? Ein Spamer ist das. Weißt du nicht, was das ist und was der macht. Aber er ist ein Spamer. Da kommt einer. Jo. Hab verteilt. Sehr gut. Kann ich wieder zurück? Ja, kannst zurück. Ei, du. Oh. Und ich hab ihn abgestorben. Und ich hab ihn mit einem Pfeil getroffen. Ja, natürlich. Alter, der ist so ein Blau. Natürlich. Und ich hacke, weil ich ihn getroffen habe. Ich glaube 6. Ja, sehr gut. Dann hol dir eine Enerterle und ab zu rot. Wer denn? Hast du... Da kommt einer. Ja. Ach. Wie weit ist er weg? Ich laufe weg. Ich sehe ihn nicht. Das ist das Problem. Ich kann doch gar nicht hinschießen. Gleich passt auf die die die. Achso, ja gut. Das wäre nicht so tragisch gewesen. Wird einfach nur gelaufen. Ja, sondern dann Enerterle und ab zu rot würde ich sagen. Das wäre ja immer so eine Möglichkeit. Ich schieße einfach random jetzt. Nur damit es so aussieht, als ob ich überhaupt irgendwas mache. Ja, ich bin ja gespannt, ob die... Ich kaufe mir jetzt mal eine bessere Rüstung. haben wir schon eine Kiste. Ja. Und dann kaufe ich mir nochmal das hier. Dann wäre ich mal für einen Goldapfel. Ich gehe mal für einen Goldapfel. Und dann gehen wir doch mal in die Mitte, oder? Gucken wir mal, was da ist. Also das rote Bett ist doch da. Ja, rot ist doch da. Hier kommt ein grüner, hier kommt ein grüner. Ah, der geht wieder. Und wo kommt der denn? Hier. Von wo? Von hier. Hier, wo ich herriffen. Ja, ich bin in der Mitte. Ach so, von... Wenn man nach links buchst. Ach so. Also die Mitte ist leer. Oh, die macht zu, damit man hier nicht mal runterfällt. Warte, ich nicht. Jetzt kommt bestimmt einer und holt mich. Was ist das? Ach, das ist Fini-Mini. Wo sind wir? Gelb, ne? Ja. Okay. Da kommt einer, kommt einer von links, von links, äh, von links, ja. Von euch aus links. Da handelt ich. Genau, richtige Richtung, richtige Richtung. Ich will nur nicht sterben, ich kaufe mal ein paar, äh, Gutscheine hier. Killer-Banade. Ist er tot? Ja. Ist er denn? Oh, ich... Oh, sehr gut. Ach, äh. Hast du... Kaka hat Kaka-Ding geslittet. Klar. So, hier sind übrigens... So, hier sind übrigens, äh, 59, äh, ihr wisst, was ich meine. 9 mal 50. Ja. Sind 450. So, dann kaufe ich mir mal den... Den geilen Bogen. Ja, gar mal. Kaka, brauchst du einen Bogen? Nee, ich hab den ganz günstigen. Okay. Aber das reicht auch für mich hier oben zum... Okay. Der ist jetzt aber auch da drin. Ich würd ja gerne nochmal in die Mitte gehen. Und dann zu gut. Und dann ab zu rot. Den Fini-Mini, wo ist Fini-Mini denn? Okay, hier liegen natürlich wieder Materialien rum. Das ist natürlich unfassbar. So, grün ist... Hier unter mir ist einer. Ach, das ist Fini-Mini. Wir müssen den rot da machen. Was macht Fini-Mini? Er macht wieder, dass ich runterfalle. So, erstmal wieder zubauen hier. Ja, gar nicht. Aber Fini-Mini geht zu rot. Fini-Mini ist tot. Nee, doch nicht. Das sah nur gerade so aus. Ah, rot hat sich natürlich auch eine richtig geile Festung gebaut. Ja. Oh, ich hab einen getroffen. Warum treff ich eigentlich immer random? So. Du solltest generell nicht mehr spielen. Äh, wie viel Kohle hast du, Sandra? Ich hole den Rinderpern. Okay, willst du Stärke tragen? Gerne. Ja, ich hab genug. Warte. Hier. Hier. Hier, hinter dir. Hast du? Ja. Cool. Jetzt hätte ich gerne noch. Weil du kannst, aber du kannst von der Mitte auswerfen, also ohne Probleme. Ich werde auf dem Weg dort halt auch nicht abgeschossen. Nein. Fini-Mini ist da auf. Fini-Mini? Auch ein Name, ey. So, ich hab auch gleich einen Stärketränk, dann würde ich mitkommen. Ach, Kacka hier. Was macht denn unser Bett? Das kann mal kurz alleine bleiben. Das kann mal kurz alleine bleiben. Ja. Ah, nicht, dass die auch mit einer Enderperle oder so kommen. Bist du noch in der Mitte, Sandra, oder? Hallo? Nein. Wo bist du denn? Im Bett. Bei den roten? Sehr gut. Na los, dann, ja. Wir haben gewonnen! Ich wollte gerade noch kommen mit einem Stärketrank. Wollte gerade noch schön machen. Das war dann mal eine coole Folge. Wenigstens mal eine gewonnen. Was wolltest du schön machen? Die Festung. Achso. Na ja, dann macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao.